Irgendwann gehen euch die Texte aus an die ganzen Wannabes und Faker Ich mein letzten Endes seid ihr nur Hater des Rap-Spiels Sodass ich euch letzten Endes spiele, natürlich auch schon wieder jetzt hier Immer wieder ganz gerne mal im Clote to Reality gebe Denn ich weiß letzten Endes ist das hier nur von wegen, wegen der ganzen Industrie Irgendwie haben die allesamt keine Eier mehr und feiern ihr Natürlich auch nur die Kopien der Kopien und Kopieren So viele, dass die Viren wirklich sind in diesem Spiel drin Sodass ich diesen ganzen Idiotismen natürlich auch ganz gerne mal sage Ihr seid nicht mehr viel Faschisten letzten Endes am Tag Sodass ich euch auch schon bei Nacht ganz gerne mal störe Während ich einfach nur mal wieder darauf schwöre, was realer Hip-Hop ist Und so denke ich mir natürlich nicht so ein Mist, wie ihr in den Charts habt Und damit denke ich auch an den Underground, zu dem ich auch selbst gehöre Und so denke ich mir natürlich auch letzten Endes kränklich drauf, wie ihr seid, während ich schwöre Es ist einfach nur das, worum es hier grad gehen will Während ich letzten Endes einfach eben Stil immer wieder ganz gerne mal hier mir nicht vorschreiben lasse Sondern irgendwie gerade was wüsste, wie zum Beispiel ein Geist, der irgendwie schwachsinnig war Also nicht wirklich real am Start eben Sodass ich dem natürlich auch schon wieder was geben darf Grad eben wahrscheinlich einfach nur, dass sie missraten waren Sodass Waren, Waren, Wahnsinn Im eigentlichen Sinne natürlich auch schon wieder Hier ist grad irgendetwas findlich war Wie zum Beispiel gerade ein Fehler im Freestyle-Vorgrad Allerdings dachte ich mir, dass ich an Wort nicht genug verlor Grad, sodass ihr schon wieder im Port ratet Und natürlich auch schon wieder irgendwie etwas wart Wie zum Beispiel den Wannabees, Bieste halt Die ich niemals irgendwie gerade kalt machen will Grad als wie jetzt gerade Okay, also nicht wirklich mehr als jetzt gerade Okay, dann frag ich mich schon wieder, wer mich in den Menschenrechten verletzt hat Wahrscheinlich einfach nur diese Arschlöcher Irgendwie nicht klarkommen Nochmal sind sie natürlich auch schon wieder nicht locker Sondern sehen das alles viel zu teilen Ich sehe es so, wie es in dem Rap-Spiel streng die Regeln ist Und somit frag ich mich schon wieder, wer kippt das hier überhaupt noch real an und für sich gerade Wahrscheinlich nicht mal irgendeiner von denen Und irgendwie auch kein Nee, weil irgendwie in den Reimen irgendwie andauernd irgendwie Kein Ding drin ist, was irgendwie ein Kind finden möchte Und somit denke ich mir natürlich auch letzten Endes hier Natürlich auch, dass sie irgendwie nicht klarkommt Und irgendwie nur Verarschungen betreibt gerade Also frag ich mich natürlich auch, was wollt ihr eigentlich in meinem Cypher Wahrscheinlich ist das hier nun Freestyle Einfach nur mal wieder irgendwie Cycle halt Allerdings auch nur, weil ich Freestyle halt mal wieder hier betreibe Und natürlich auch ganz gerne mal mich in Geschichtsbücher einschreibe Als Reimartenentwickler Ihr hingegen seid das nicht mal im Ansatz So dass ihr Wannabes seid, irgendwie nur nichts anderes wart Gerade mal als sie das gerade mal für diesen Künstler So dass ich euch schon wieder günstigerweise nichts anderes vorwerfen dürfte Als wie das hier wart und zwar nichts anderes als Scheiße Für mich als Künstler wert Und somit meine ich natürlich auch die ganzen Fanatisten Weil die seit letzten Endes nichts anderes als die scheiß Narzis sind Also muss man euch Narzissten natürlich auch schon wieder sagen Was ihr seid, einfach nur Scheiße halt Kommt mal von eurem Pop-Kram runter Weil irgendwie ist das nichts bunteres Als das, was ihr in Hip-Hop munter finden möcht Und somit denke ich mir natürlich auch schon wieder Ja das war's, endete der Geschichte